hallo leute mein name ist sozial in stock und damit herzlich willkommen zur sg-pro-reaktion mario lives everything 5000 subspecial tja das special war ja letzte woche angekündigt und ich dachte es wäre auch ein guter moment gleichzeitig einen der kommenden christmas skins schon mal im voraus vorzustellen nämlich nächste woche geht es ja schon los und die kommen dann jetzt kannst du auch verraten mit dem sg4 adventskalender auch zusätzlich noch ein zweiter adventskalender nämlich der soziale adventskalender mit 24 skins na dann ihr könnt es leider nicht genau sehen habe ich ein bisschen zu tief gemacht und ja legen wir einfach los ja der aufbau vom letzten mal und ich habe immer noch nicht die 500 jetzt funktioniert er nicht wetten ja wäre lustig gewesen ok gehen die noch mal durch alle adventures überraschend dass sg4 jetzt so oft hier ist hier wir go kak is the light habe ich reaktet damals ach ja marion simulator hatte ich ja auch gemacht erinnert mich noch hier kommt nostalgie und auf den westkalender kommt ja noch mehr bei janice wolo geht ja ja ach ja 5l and freddy es war ja im vorigen jahr dabei oh war das nicht die animation die er mal gemacht hat Ah ja, who lets the shop out? Hab ich auch gesehen. Das hab ich noch nicht reactet. Muss ich noch. Deswegen erkenne ich jetzt auch nicht die Anspielung. Keine Ahnung. Oh, Tabitha, die TV. Ich erinnere mich. Oh, er war ja. Ach ja. Das wird Tech und Titan gedenken. Das hab ich noch nicht reactet. Hatte ich aber schon überlegt, wenn der Wend-Kalender. Okay, die hab ich nicht gesehen. Überhaupt nie was gehört. Von allem, wie kann Bob da sein? Das war die Ära, wo immer noch die farbigen Essendieb... Free Force und so dabei waren. Okay. Okay, das Video hab ich auch nicht gesehen. Und wieder zwei Charaktere, die zu diesem Zeitpunkt gar nicht existieren konnten. Ach ja, das Wii Live. Das hab ich im ersten Adventskalender gehabt. Oh. 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 Wow, what an asshole. Ach stimmt, er ist ja durch die verschiedenen Sachen gespottet. Oh, ways to die. Das war im ersten Adventskalender. Von erst in die vor. Oh. Nein. Ah, Slenderman. Ich glaub, die hab ich reactet, aber ich weiß es noch grob. Äh. Ah ja, das. Oh nein, Dr. Mario war auch im ersten Adventskalender. Oh. 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 Josh-I-Are. Oh. Oh, wie vor der Project disc выше, ший Gai auf jeden Fall. Luigi in Labyrinth, glaub ich hatte ich noch nicht. Äääh? Oh. 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 ÄENE. Schönen Sie den Button, bitte? Oh, einer der Cooking-Episoden, die ich noch nicht verreaktet habe. Jetzt bin ich beleidigt. Ja, ja, der Bowser-Simulator. Wie kann man so dumm sein? Also erstens, wie vor, auch wenn die Episode gut ist, für den Witz bekommst du ein Death-Like. Not funny. Die Folge habe ich auch noch nicht gesehen. Die älteren Sachen habe ich nicht so gesehen. Oh, der ist eine einzige SD-Vorexion, die bei mir auf AFK-18 ist. Villager Auto-Play. Ich glaube, ich habe es noch nicht verreaktet, aber ich habe noch grobe Erinnerungen. Oh nein, Portal! Das war im ersten Adventsgeländer. Adventsgeländer. Mr. Monitor hat damals noch gar nicht existiert. Oh, Team Fortress 2. Das wäre ja auch eine Nummer. Undertale. Werde ich noch reacten, wenn das Let's Play durchgeschafft ist? Kommt wohl diesen Adventskalender. Ich glaube, die habe ich nicht gesehen. Tor kann einem echt leidtun. Oh nein, Disney World! Erinnere mich noch an die Episode. Äh, ja, das war jetzt komisch. Play Cards! Ich glaube, das habe ich reactet. Ach, ja. Ja. Stupid Mario Kart! Habe ich auch reactet. Der Mario Challenge! Mario, get off my PC! Der Stupid Mario Maker! Der Stupid Mario Maker! Und Stupid Mario Odyssey, das war die hundertste Reaktion. Bei mir, auf SDG4, tatsächlich. Die hundertste SD4-Reaktion auf meinem Kanal. Okay. Eindeutig nicht. Der Road Trip! Das kennt man! Heißt gut, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber vielleicht habe ich es reactet. Oh, kapett. Habe ich noch nicht reactet, aber ich habe noch grobe Erinnerungen. Oh! Da kam Smash Boss. Nein! Mario Tube! Habe ich ja auch gesehen. Aber Melanie hat es damals auch noch nicht. Zumindest nicht in der Form. Ralfi True ist auf jeden Fall eine perfekte Voice für sie. Hm, sehr Watermelon-y sound. Ja, gut. Oh, ich habe dein Geld jetzt, bittesch. Oh, sehr gut, self-defense. Okay, ich gebe diesem Watermelon eine solid 2 aus 10. Yay! Das ist es für heute Video. Naja, interessant. Jetzt haben wir Stupid Mario Sunshine. Ich glaube, die habe ich noch nicht reactet. Oh, nein, Splatoon! Hey, hey, hier ist was komplett falsch. Das ist komplett falsch. Maggie war damals ein Inkling und am Start. Also, hier ist eindeutig ein Fehler. Nämlich, Maggie ist zu diesem Zeitpunkt noch kein Mensch gewesen. Ach ja, die Psycho-Episode. Die habe ich bis zum Wechsel nicht gewusst. Wie viele? Wake up, it's time for school. Come on, man. Are you ready for school? Oh, nein. Das Fortnite-Video. Mats. Der Mii-Gunner. Neki. Und der Mii-Tob-Ni-O-Mii. Okay. Oh, da ist die Mafia. Ja, das habe ich ja reactet. Bob war damals noch da. Das ist jetzt richtig. Okay. Ah ja, der T-Post-Views. Baldi's Basics. Quick mess. Das war falsch. Buddy-Chum-Pow-Friend, Buddy-Pow-Chum-Bud-Friend, Fellow-Brother-Amigo-Pow-Buddy-Friend, Chummy-Chum-Chum-Pow. I don't mean to be rude, but I'm gonna have to doodly-dump snap your neck. Ah ja, der Ultimate-Gamer, das war Tari's primäre Episode. Haben ja reacted. Zum Magi-Tag. Wow. Das sind eine Menge Engel, die Drinks. Okay. If my... I went to Nintendo, ja, das ist eine Folge, die ich noch nicht reactet habe, aber grobe Erinnerungen habe. Sehr wenig. Naja. War aber nicht so gut. Want a pizza? Hab ich noch nicht reactet, aber ich erinnere mich grob dran. Oh, so. Vom Act. Das ist echte Lava. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Der Wurf in Teilen 2018! Okay, die Stories passen mal so gar nicht zusammen. Ach ja, dieses komische Video. Ich weiß gar nicht mehr, was in der Folge drin war. War gar nicht lustig. Der Japan-Trip. Äh. Okay, Miko? Ich habe jetzt nicht ganz auf den Titel geachtet, aber... Nicht schon wieder! Die Anime-Challenge! War ja am Magi-Tag dabei. Genauso Magi-Park wie für War, ein Teil des Anime-Ax. Dä-hä-hä-hä-hä-hä-hä-hä-hä-hä-hä-hä-hä-hä-hä-hä-hä-hä-hä! Oh! Pfff! Delta-Woon! Wer bist du denn? Pummel, die neue Charakter! Ach ja. Stimmt ja. Autsch. Oh. Schande. Among Us. Die Among Us-Folge. In dieser Version hat Bob echt zugeschnitten. Oh weia. Der Sonic Movie. Stimmt ja. Erinnere mich noch dran. Der Maggie Movie. Ach ja. Stimmt ja. Warfetalien 2022. Der Fan-Kanal. Der Fan-Kanal wird hier veräppelt. Der Fan-Kanal wurde veräppelt. Ach ja. Vor allem nicht wanken. Der hat auf jeden Fall einige kleine Gags auf die Episoden reingebaut. Auch wenn einige Charaktere gar nicht mehr da waren. Hey. Frag dich, wer ich in das Outfit bin. Feine Peace. Stimmt. Einer der Neueren. Einer der Neueren. Ja. Der Wolf-Fetalien 2021. Der war der Wahnsinn. Die arme Melanie. Einer der Neueren. Einer der Neueren. Das war ein schönes Video. Wir haben 24 kommen. Die nächsten Monat wieder. Das hätte ich mir damals als Melanie gewünscht. Ganz ehrlich. Das hätte ich mir als Melanie damals gewünscht. Aber dann wurde es nur so kleine Teile. Ja. Da wird wieder Credits an Wolf-Videos geben. Ein nettes Bild. Habe ich aber schon gesehen auf Twitter. Und. Ja. Es war eine. Absolut. Super Episode. Aber da du diesen dummen Deutschlandwitz eingebracht hast. Kriegst du jetzt ein Dislike. Nur für das. Der Rest war aber der Wahnsinn. Tja. Und damit bedanke ich mich für's Zusehen. Bleib sozial. Lasst ein Auda. Und. Bye.